Hallo und wir sind wieder zurück in Aura Kingdom um kein diesmal kein Let's Show sondern ich werde hier mal ein kleines ja Adlet's Play zeigen und wo ich Bock drauf hab das ist eigentlich der einzige Grund weil ich Bock drauf hab ich denke ich werde ich denke ich werde wie nehme ich denn sieht ganz geil aus ne Support Flächen DPS und Einzel DPS das Video kurz angucken oder doch einfach so ein dicken Paladin ja da werde ich bestimmt später in den Dungeons mitgenommen jaja also naa soo fucking eee ja dann der Stemm halt einfach mal ein Keine Ahnung ich will verarschen lol lol na gut genau und so wunderbar wie nehmen wir dich äh die Blue ja wir prüfen naumig verfügbar super ja aber nehmen wir hier für Abwehr ist eigentlich der ganz geil ja ja nehm ich den Geir aus holen super auf geht's uh falls ihr mein erstes Video gesehen habt da hab ich einfach ganz kurz angezockt und ein bisschen was über das Spiel erzählt also ich werde das ganze einfach nicht mehr so wirklich erzählen Sondern ich werde einfach spielen einfach durchspielen hin und wieder ein paar Zienen schneiden genau aber ich finde das eigentlich damit das Spiel einfach gut gefällt ja 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 erst mal mit Andi sprechen ja diese Schlingel Andi yeah look at that was kann ich denn Schwert Hieb Schild Hieb unbezwingbar Hieb wahrscheinlich so ja hallo Andi ja grüße dich nur freilich jawohl auf geht's tut das auch das auch jawohl oh der ist so klein und süß so süß so süß ich bin oh das muss ich wahrscheinlich kurs bam 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 oh look at that hm oh that is hm hm so was macht das das ist scheinlich in den Block oder so und beide geht's mei der war ja sauberts einfach jetzt bist du deppert so uh das gefällt mir sehr gut wie der die Waffe wegsteckt oh yeah du 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 sowas be at oh die universe yeah j 3 die Städte folgten oder wird wir haben sich erst mal betreut erst und das ist das erste was und kann es sein das muss man hier drückt halt so, in die Schlinge. Schlinge ist geliebend. Oh yeah. Oh my fucking God. Oh my God. Oh, der versteht eine... Schick. Schick. Hi. 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 Hey. Hey, don't fucking burn my friends, man. My friends. I'm going. I'm out of here. I'm totally out of here. Gott dammit So Andy Hi Andy So Andy, was dachte? Der lässt uns natürlich erst mal reden, ist ja ganz klar, was würde der denn sonst machen? So, hallo Brünhild, wie geht's dir? Gut, das gefällt mir Bam, 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 oh yeah Und... Bam, 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 oh, oh, oh That hurts, man, that hurts We'll leave that Ich bin unarbeitsam Jawohl Haben wir den auch Ja, ja, das war der Tutorial Da, wo zwar viel erklärt wird, aber es ist eh generell ziemlich easy so Also, wieso erklärt? Also, gut Wer hat der Bratze? Nein, Brünhild, bleibt bei mir Jawol Jahoo Ja, naja Das ist doch schon viel Nach Mitternacht Zick, 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 Zick diese Macht so etwas habe ich noch nie gesperrt wie soll ich diesen Gehner besiegen ein Traum oder eine Vision der Zukunft auch diese Zwischensequenz werde ich nicht zeigen weil wie die sowieso in den anderen Video wenn dann ansehen könnt so dem her wenn ihr alles genau wissen wollt dann spielt das hat einfach so ich will hier nix vor vorweg nehmen weil das Spiel gehört einfach gespielt was ein Wort verdammt schön ist Gokomann ein und hohen die ja ja also wie ich ja schon erzählt ob ist das Spiel richtig geil am Anfang halt bis langweilig später wird es immer geiler und immer geiler Joa was ich euch auch noch zeigen kann man kriegt da auf die Skills da auf die Skills jäh schau an da, Scotty, wie bin ich? ja und ich weiß, dass ich ein HERO werde, Baby ja und ich weiß, dass ich ein HERO werde, Baby die Leute spielen, eventuell sogar mit Olaf, aber der mag den Cycle-Stil, also spiel sie halt allein wenn sich das Video wirklich mal jemand anzieht ihr könnt mich anschreiben seht hier unten meinen Namen D.I.P. L.O.U.H. einfach anschreiben und zog mal jäh vielleicht bist du dann auch in auch in einem Video, dass niemand guckt hehehe so, oh mh mh hier ist eigentlich boing boing eigentlich mh 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 ja Vorarbeiter Kain, wir müssen mit Türi reden, denn der Leuchtturmwärter sagt, weil dass wir das müssen mh um at wie den wird ETF H k mh hier und BNB mit die Skils sind einfach so geil aus größten über größten nicht und und der die Sohn das ist der Ort und und jetzt wird die Schlawiner Fluminhausen jawohl nur freilich die habe ich natürlich auf dem Oktoberfest drauf die Schlawiner haben sich ja noch mal aus Bier gesucht jawohl nein nein oh die Hände sind die sind echt fies leck mir mal ich bin unerfallsam ich bin mehr Meister BAM das hier wird schon geil aus so ich spreche wieder mal mit Cain 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 Deckard Cain aus Diablo ist auch hier krass yeah that bad man that bad great big guy you looking great you looking great so ich bin hier bei einem Ausbeuterbetrieb äh genau zuschauts aus zuschauts aus oh yeah you know what yeah okay braun schick so dem Schaden Schieck wir haben hier Talentbaum guck mal abklingte ein Ding zurück verteidigung steigt Kampfschaden steigt oder er hat nicht ich glaube er heute ist eigentlich ganz gut von Anfang man kann sie auch wieder zurücksetzen gut schlafende Holzfälle wecken das machen wir doch glatt so und Bären voll auf die Klüten da tut weh so und du noch mhm Bären oh Cain's Strafhammer oh Cain Cain's Cain's Fies oh 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 Gott aller oh viel zu tun was es ist geschehen oh mein Kopf beim Torfahrt jawoll Ende Ende ja schon mal die Arme hängen oder Antilopen töten oh was habe ich hier bekommen Wind Schick Angriffskill hierher machen ähm was sie was sie was sie mir gerade aufgefallen ist nicht wie nicht wie die anderen Magier und da wie das Orakel jetzt schon bisschen weitergespielt hat fast Level 20 hat er gar keinen Klassenskill seltsam ganz seltsam doch nur an Gott doch was machst du geil sie hatten wirbelwind holz naja ist noch ein Stück gut das ist ja cool ich bin ja und hängt und der macht man kommt praktisch hier mit seiner Gruppe an und stündet den Augen von der Reichen höchste Reichweite und dreht den automatisch um schick schick tankfreundlich der schick mit den anderen wo es noch selber rumdrehen k ein schwertil vorjohlen independently schick einmal mit heißen was aufgegossen und vor die die in die in die in die in die in die in die die in 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 die so braun noch gilt der Waldpilz Kolonie wir können jetzt aber ein Verwandtes doch kann gehen ja 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 ich habe keine Waffen schick um ein Gär Musiker der Stiebler dabei ich liebe dieses Spiel das ist er so zu hübsch so Uhr erfrischungsang trinken nom 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 genau so sieht dringend aus ich trinke ich denke ich glaubte haben jetzt gehört flüssiges Koks gebraut oder so was ich bin gegen den Trank algerisch lol dort glaube ich ja nun mann nicht hier das so Euro 17 Prozent hier hoch jetzt gleich viel er erinnert wo die 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 ich möchte hier töten es tut mir leid ich hab und gut nachvollziehbar muss immer gucken ob ich hier die sich zusammengezogen bekommen der Torsch schickt da die Veräulung schlägt ja ich bin unbesiehbar stimmt der Block den ganzen Angriff viel mit meinem Schilder so lebt noch mal mehr Charakter Stats mehr Schaden mehr Schaden ich liebe auf dem Limit doch alles gilt Punkte verteilt jetzt eigentlich schön das bekommene Ruinfragmente von hoher Erdhügel nämlich immer Ruinfragmente Ruinfragmente und Ruinfragmente und für den Rest müssen wir da unglaublich in die Dungeon rein in die Solo Dungeon Quest Dungeon sooo ja grüß dich servus hey ich bin da Skiam und ich will keine Ahnung wo sie will mit die Tringer oder keine Ahnung mei ich bin unbezwingbar was zu sehen Loll exakt dann wenn mein Blog aufhört äh du bist echt gemein Nr 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 für da hat es dich zu liebte du hast dich zu lieb nr 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 oh was hab ich ich hab ja was bekommen nr 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 uu nr 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 So, Christoph, da krieg ich ja Reittier, jawohl, der Kaiser Franz weiß, was es heißt, hier Reittier zu haben, was, ich hab am Golfplatz immer Keddie weg, äh, Golfplatz, ja, schick, schick, äh, und ich lege erstmal rund weil die konnte uns mein leisten So. Hallo, hallo, hallo Ach, Schaden, Schaden! Das was wir... Ich krege wahrscheinlich mit Level 900 only die Level man Außerdem so ist du die Division laut, du hast du was